ich hoffe alles funktioniert soweit wenn alles funktioniert dann sagt auf jeden fall mal plus oder so schreibt man ob in plus in den chat oder so jungs wäre echt freunde alter erst das stream 200 zuschauer ist schon heftig für mich leute ist krank also für mich das heftig wo was jetzt durch den chat nicht mehr jetzt okay alles klar also sorry für anfangs fehler anfänger fehler also ich bin wie gesagt da richtig frisch jetzt läuft das flüssig läuft das flüssig ich hoffe es läuft flüssig ja es ruckelt ehrlich so ruckeln also auf mich ruckelt das nicht hätte ich jetzt scheiße warum kann man nichts haben wir ja nur follow ehrlich du bist auch keine filiet super partner werden ah ja okay ich bin kein partner ich bin gar nichts ich bin luft hier ich hab noch nie gestreamt hier auf der grafikkarte bruder auch wieder so eine frage der kann ich nicht beantworten wir haben kein plan von nichts ich schwöre oh mein gott 25 euro ehrenmann alter bist du verrückt ja danke digga wer war das nikolai ehrenmann digga eh danke digga ich war es mit mein nikolai danke bruder ja der dank digga danke digga du weißt okay dann digga wo habe ich das jetzt digga wo ist die scheiß animation digga ich schwöre ich bin komplett überfordert ich bin komplett geberbert ich behörde mich selbst leute oder wenn es jetzt legt ja dann box in meinem bildschirm was geht brav hörst du mich hörst mich ja natürlich es geht brav alles gut es ist schön aus ja dankeschön dankeschön wie geht es gut da geht es mir geht es auch soweit gut bitte wieso die farben in hand ist heftig digga ich schwöre wir kommen wie von derselben mutter digga safe ne ja kann doch sein alter ich schwöre digga nicht locken ne einfach borschen sexy digga man weiss direkt digga das sind motherfuckern richtig motherfuckern digga normal aber dein schnurrbart fikt noch mal mehr digga ja digga der ist motherfuckern digga ehemaliger mafiosilo du auch theoretisch so ein ding ich verstehe da drüben war mein zuhause guck gerade über die hecke digga so was du hast das war schon mega alle naja digga jetzt was so geht du bist da hast du gerade mein name gesagt amelie wir sind in fünf sekunden da ne und ihr braucht hilfe an der grapeseat garage ich schwöre ich bin auf dem weg grapeseat war das erstmal grapeseat back ben das ist wieder so ein ding ich bin total durch den wind digga was das alles neu wo ist grapeseat digga wo ist grapeseat nochmal ich vergesse das immer fack die verfickte grapeseat nochmal da oben ist sie doch tschüss andere arsch der welt donnie und leoni wurden gerade an der grapeseat garage hops genommen bro was geht brate was geht lan da wurden welche gebacken müssen uns bei allen ich bin links vor der base ja an der base ich bin gleich mit gut klasse digga weil ich muss dahin digga grapeseat ok erstmal mit jogging ansucht digga randalieren hier jung was los hallo was ist gut hier passiert soll ich sagen an einem besseren ort hoffe ich will wie die sind deine besseren ort naja sie wurden anscheinend angeschossen und haben es nicht mehr geschafft angekommen sind haben sie schon gesagt dass die blut verloren haben und das kann ich aber nicht akzeptieren werden dafür büßen wir fassen alter was geht bruder jetzt geht es mir natürlich schlecht ja aber mir geht es natürlich gut sich zu sehen und den umständen entsprechend ich bin schwer betroffen davon ja gute menschen wer war das weiß man das wo denn er schwarz 24 schwarz das ist die einzige information die wir haben schwarze maske schwarze ahren das ist die nadel im heuerhafen aber auch ich habe schon nadel im heuerhafen gefunden das ist kein problem es wird dauern aber und sie haben natürlich nichts gehört jetzt ne ja sonst halte ich mir kurz die ohren zu ja alles gut ok halten sich die ohren zu ich werde die auseinander nehmen und töten auseinander in ein gebüsch schmeißen und sagen jetzt bist du tot du kannst deine ohren wieder aufmachen ok ja ja was los man hä ich bin doch da digga ja wo ist zoni der kommt der kommt wester ist das wester ist es komm 1 gegen 1 ja 1 gegen 1 digga das war kurz dings alter jochbein schieß den general ehrlich du verpiss dich schieß den general ab schieß den general ab ok verpiss dich junge ich mach mich auch beide platt digga kein problem schieß den general oder was ach verpiss dich au wollt ihr beide auf die fresse komm her eh karl ja mein genick ist eingerenkt jetzt ich bin bereit masen zu brechen aber karl ja wenn du dich noch einmal triffst alter oh so n dinge so n dinge ist das digga wo bleibt samudi mann ich fahr gleich ohne euch digga lass dein gött jetzt auseinander nehmen wo bleibt der anruft digga sofort mit helikopter ich geb kickdown mit propeller bruder bis gleich ok bis gleich mach kickdown mit helikopter keine sorge guck er rufst du an ja ey bruder wenn du jetzt luke und nick nicht anrufst bruder bist du ein v-mann ich warum digga bruder ruf die an und sag danke ich schwöre weil die haben meinen arsch gerettet bruder mit paum der mauna die haben mir so viel geholfen und so lange gefahren und so bratti ok was ist denn jetzt los das minimum ist dass du die anrufst ich schwöre bruder er kommt er macht stürzflug ja ok ich ruf dir an bruder ruft dir jetzt bitte an luke und nick bruder guck bei business nick und so tammann luke nick ich ruf an ich sag danke ok ok bruder wenn du nicht machst ich fühle mich traurig bruder ne ah bruder digga keine sorge ok bruder hatte tschau was hast du heute ey ich soll dir einfach nur danke sagen ich leck deinen arsch bruder bruder ich leck deinen bauchnabel danke schwöre wenn du die fusselnabel willst schick sie dir per post digga ok nein bitte ok dann was geht was geht ich soll mich bei dir bedanken digga ich leck dein göttloch ok alles gut man alles gut gerne dankeschön digga dann hau rein hau rein digga jo sony wie red ich denn sag mal du hast doch Porsche ne korrekt ich wollte den kaufen und ich dachte mir ich muss sogar zufällig da noch sein dann 7 millionen ich guck mal gleich noch 7 millionen ok komm nein spaß eh 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 ne bruder ehrlich ey 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 warte die vergessen mich hallo ja hab ich bratan er macht für mich auch noch 600 warte mal die vergessen ey vergesst mich alter hallo ah ok 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 alles klar ja ich hab jetzt keine Zeit für euren Müll jetzt bitte 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 was denn ey sei doch nicht so unfallig zu den Herrschaften ich schwör digga ja ich schwör mal digga der kommt langsam ja oh ja voll ich bin nur so bisschen digga willst du streicheln oh bruder der ist noch nicht lang genug digga doch komm mach bisschen Bartöl rein digga kratsch ich muss mal rapen digga oho ey was geht ne ja nicht viel mit dir auch nicht viel digga lange nicht mehr gesehen alter er läuft brütti digga du bist doch du bist doch dings digga marius oder ne ne wie nein natürlich bist du marius digga lala doch nicht nein scheiß bin ich mal tiki lala digga da haben wir alle gebackbett weißt du noch ne keine ahnung wie ich bin nicht marius digga mach grad Auge auf den trainingsanzug digga ich bin paul bruder digga du kennst mich nicht mehr marius wirst du mich verarschen oder was digga Paul digga ich bin paul bruder digga Karl oh diggi verarsch mich nicht komm ey ey was wie jetzt digga du bist marius ok ne warum wie nein marius platte was geht ich möchte dass du marius bist umarm mich bitte drück mich warte bitte oder 500 ok 500 dir ja komm hau rein schön ab mal komm das ist keine feine art zu kommunizieren marius hör auf dann ich erkenne dich oh hä wir haben uns noch nie gesehen ich war noch nie in der tiki lala ich war noch nie in der tiki lala schade ja so wirst du mal weiter marius marius mauritius ist das bruder digga den kenn ich schon vor lange digga er kann sich an mich nicht erinnern vielleicht ich bin paul panzus digga wir waren ich wirf alles digga wir waren so unterwegs schade digga ich sag alter ich bin nicht marius dann brauchst du mich nicht ok aber wenn ich möchte dass du marius bist ja ich bin aber nicht marius aber wenn ich es möchte dass du marius bist ja dann musst du dich enttäuschen ich bin immer noch nicht marius dann bist du als marius nein doch du bist doch marius nein scheiß bin ich halt ich soll im auto telefonieren ich warte und warte und schwitze bei der hitze in diesem auto und wer zugelabert und ihr kommt nicht ihr lelex kommt jetzt auf heide 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 lan heide 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 weißt du wie ich in diesem scheiß burrito geschwitzt habe man ja ich kann meine socken auch schon jetzt schieß auf nikolai ha 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 sie hat gesagt du bist ein penner weil du ihn ignorierst sie ignorierst weil wir ihn ignorier sich ernst er hat gesagt du sollst die fresse halten ja können ich nicht was nikolai ist jetzt übertreib bitte mich willst du mich 업 archen treff mich jetzt noch mit jemandem die ich kenn oh Boah Nikolai jetzt heftig Digga, das war Ansage gerade, aber wirklich schnell sie hat gesagt sie trifft sich mit jemanden Digga Ja, Flittchen ist halt Flittchen Uuuuhh Er hat gesagt, oh mein Gott, wenn das gehört hättest, oh mein Gott Ich kann das nicht sagen, das kann ich nicht sagen Das Gegenteil von Schnittchen, Alter Bruder Schießerei, zieh Maske auf Bruder Wie Schießerei Digga, ich hör nichts im Funk Geh einfach neu rein, du musst Maske aufziehen Bruder sonst erkennt ihr dich, ne? Boah, Perpetisierung Digga Vor ein PD, vor ein PD Auf wen? Auf die Bullen und die Agents oder nicht? Auf die Bullen und die Agents oder nicht? Also nicht, müsst ihr entscheiden Alter seid ihr wahnsinnig! Was schießen die, Alter? Fahr Bruder! Okay, kleinen Fotzen Digga Vor ein PD, diese kleinen Nutzen Digga, das ist nur sexy Ballern die auf euch? Ja, die ballern einfach Die haben einfach geschossen Digga Fahr Bruder, fahr Digga, wo fährst du hier nicht dahin? Fahr Sollen wir die ficken, wie viele Autos sind in der Nähe? Ich bin in der Nähe, Miami ist in der Nähe, wer noch? Ja, ich und Paco sind in der Nähe Ein Auto von uns wird verfolgt, Würfelpack, ja? Oder? Würfelpack? Ja Bruder, wir müssen jetzt ganz kurz mal Die Gasse Diese Wichser, Junge Diese Wichser, Junge Ich geh jetzt an, ich snipe die jetzt, komm her, Bruder Ich dreh durch Digga, ich krieg die Krise Ey, Leute, lass uns mal backfand, Digga Diese dreckiger Digga Ich fick diesen Start, Junge Wir fahren da ganz normal hin und schießen noch Normal Digga, ey Dieser dreckige Spaß mit seiner PDD spucken, sei Ja, Leute, wir sollen jetzt PD stimmen, oder nicht? So Bruder, wir machen jetzt auch eklig Ich spür... Äh, wir... Warte, bleib sitzen, bleib sitzen Snipesi, Bruder, Snipesi, Bruder Snipesi, Bruder, Boom, Digga Gib ihn, gib ihn, oh Bullenkarre, Bruder Scheiss Start, Digga, der Start wird bald abgefuckert, Digga Digga, ich krieg gleich ein... Ich dreh durch, Digga Die haben auf uns geschossen, diese Dreckige Die sind in seiner... Neue, wo ist Kambu mit wem? Attackieren, attackieren, attackieren Schafft der Ort, schafft der Ort Scheiss Start, Digga Ey, hier links steht ein Buller alleine, ja Ah, ja, ja Weg mit links Links am Parkplatz, hier Würfelsteig ein Buller alleine Stehen bleiben Bleiben wir stehen Stehen bleiben Stehen bleiben Stehen bleiben Hände hoch oder du bist gut Hände hoch oder du bist gut So, was schießt auf mich, du kleiner Kellen, Mensch Auf geht's, auf geht's, auf geht's Stehen bleiben Ey, los, los, los Lauf Weg ziehen Die kommen, die kommen, die kommen Ja Los, los, los Attacke Pfff Haben zu gemacht Oh, die ist zu gemacht Oh, die ist zu gemacht Oh, die ist zu gemacht, Digga Wir müssen hierbleiben, wir müssen hierbleiben, sich schützen, ja Holt Brechlein Digga, ja, wir sind mitten im Fight Ihr habt nen Kopf vergessen, dann steht hier vorne bei mir im Auto, Digga Kopp, wo? Ja, bei mir im Auto hier vorne Ich fache, fache, fache super App Ey, Risch und Wirf mangst noch einen Kopf, den haben wir vergessen Wo? Da steht hier im Schwarzen Osiris vorne Bruder, kannst du mir Standort schicken? Da steht hier in der Ecke, komm, gib Gas Schick Standort, Bruder Wenn ich hier alleine lasse Folgt mir bitte mal ein paar Leute, bitte Kommt mal vor das PD, dort ist noch ein Kopf, den müssen wir backband Kommt Kommt vor das PD, bitte, drei, vier, fünf Leute Drei, vier, fünf Leute vor das PD Ich bin da, ich bin da, Bruder Ich bin da, Bruder, ich bin da, Bruder, ich bin da Bruder, hier, komm, nach vorne, ich hab statt Ah, alles klar, okay, okay Bruder, rechts, 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 rechts Wo ist der? Ähm, ja Surprise, motherfucker Ja, stelle ich mal am besten Jungs, Jungs, da Das ist fast schon Oh, oh Ja, ich komm halt nicht raus, Bruder Ey, ich fahr grad bauen Bruder Vorsicht aufs Dach Du kleine Radtraininger Hört jetzt bitte auf die Colts Ah, mein Colts Viertisch bitte Hat der Brecheisen? Nein, Brecheisen Ich bin in zehn Sekunden mit dem Brecheisen As prata Da geht's F�ρόvis Kupfer Kupfer Untertitelung des ZDF, 2020